Ja, was grüßt dich wunderbar, meine Freunde, herzlichen Willkommen zu euch. Es geht ja auch in ein Kastner-Präsident, wieder mit dem Fall ist der die Hürstel-Regelstadt. Hallöchen! Und der liebe Creme Teddy! Hallöchen zusammen! Und dann noch einer, der immer wetten muss. Hä? Jawohl! Nice! Also den nächsten Punkt möchte ich unbedingt kriegen, sonst wird's echt blöd. Das ist so unfair, äh, ich, ich... Ne, ey, das ist so unfair. Neustart, Neustart. Ich hab keine Sass. Blackhawk down! Hallö! Ja! Ey! Ich bin geil an! Oh oh! Ich flieg da weg, ey, geil! Markus macht nichts draus, ich wird auch gefickt. Ja, trotzdem, was soll denn der Scheiß? Ich schätze jetzt mal... Ich muss da allein! Aber sie so wenigstens wurde nicht geschossen, bevor man den Punkt erreicht hat. Ja. Ey, weg da! Ey! Ey, wieso ure Situation kann ich fahren, bitte! Scheiß Rappe, ey! Einfach aufgespießt! Oh nein! Weg da! Ey! Boah, ich wollt schon respawnen, ey! Was? Ja, jetzt darf ich respawnen! Ball! Was? Ey, die Bälle haben mich aufgehalten. Ja, klar, ja. Was sagst du, warum die da liegen? Ja! Ey, das ist die Zementstelle! Keine normalen Fußstelle! Ich bin ein Bastard, ich schwör bei Gott! Das ist richtig ein Bastard! Hier passiert gerade ganz Schlimmes! Warum muss ich mit sowas spielen, ey? Was? Weil du genau so schlecht bist! Oh, 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 oh! Und jetzt nicht schubsen! Ich hab'n Rucksack, äh, 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 äh... Einen Rucksack im Kofferraum. Einen Joghurt im Kofferraum. Ich glaube, ich flieg ein bisschen falsch. Ja, du hättest nach rechts gemusst. Äh, okay, ich hab'n Lebensdorf macht. Schade. Wow! Ey, ohne dass wir da oben, das war aber ein bisschen gefährlich. Ah, dafür kriegst du erstmal ein paar Reffen zur Schüssel. Ey, yo, er verschießt nicht! Er zerschießt immer die Reffen, er ist ein Lappen. Er kann sich nicht. Weil er anders nicht gewinnen kann! Ja, das ist ein Freund an. Du! Nicht dich! Ja, ja. Immer! Ich weiß nicht, was hier passiert, aber hier passieren Sachen, die nicht passieren dürften. Hey, Patrick! Angriff! Hä? Irgendwas passiert jetzt hier. Oh, scheiße. Ja, du musst ein bisschen warten. Hey, was wird denn hier, der ganz wird so blau, Alter? Du bist auch blau. Du bist auch blau. Was passiert hier? Wo muss ich denn langfahren? Wann endet das? Wo komm ich hin? Wo müssen wir hin? Wo kommen wir dahin? Wo? 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 Wir haben hier einen Hund. Hier wäre eine Annäherungsmine. Echt fies. Nein, was ist mit dir? Warum fährst du rückwärts? Wer fährt rückwärts? Hä? Warte. Warte, du doch. Komm, wenn du Eier hast. Wenn du Eier hast, warte. Aha, er hat keine Eier, ja. Du. Ich kenn deine miesen Tricks. Kennst du? Sag dir nur, was du warten sollst. Hm, ich weiß ganz genau, was dann passiert. Dann. Oh, fick die Hände! Oh, fick die Hände! Ich hoffe, ich fick's auch. Oh, fick die Hände! Echt? Ja! Oh, Mann! Oh, Mann! Ahahahahaha! Oh, Mann! Oh, Mann! Wie hardcore unfair das jetzt gewesen wäre! Oh, Mann! Oh, Mann! Hey, Tobi! Oh, Mann! Hey, Tobi! Oh, Mann! Oh, Mann! Ich hab den Pumpt! Bitte, das ist doch eine Scheißmap, Alter! So, argh! Ah, da ist schon wieder der ungrassierte Hund! Oh, der, er legt rund! So, verdient erster! Ja, genau! Ich frag mich, ob der Tommi grad fliegt! Schau! Ahahahahaha! Du bist ein Hurenfrau! Das war die Rache! Alter! Ein richtiger Huren! Welcher hat dich erwischt? Hm! Ich hab hier ne... Ich guck hier grad dem unsichtbaren Alpha Kevin zu! Ja, du bist so... Ja! Ich hatte nur zwei Stück! Ich hab... Ich hab die zweite eigentlich so dicht drauf gelegt, dass gar nicht... Das gar nicht passieren kann! Jawohl, dann bin ich zweite! Ja! Toch! Ja, da hab ich einfach mal zwei perfekte Annäherungsminen hingelegt für den Lappen! Ah, ja! Ist das herrlich! Markus, Glückwunsch zum zweiten! Cold! Dankeschön! Das lobe ich mir, ey! Only for you! Ja, ich krieg den Punkt da oben nicht... Danke! Hut ab zu Patrick! Dankeschön! Das war einfach nur die Rache! Hey, Tami! Wie ist die Luft auf dem dritten? Ich glaub, ziemlich dünn, er redet schon nicht mehr! Da hängen wir noch eine dran, oder warst du das? Hä, ich hab da Tomaten bei mir! Voll cool, dass der WM-Ball! Ich würd sagen, wir hängen noch eine dran, oder? Na gut! Dann würd ich sagen, wir sehen uns in der zweiten Runde! Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Jo, und das sehen wir auch schon wieder zurück zur zweiten Runde des heutigen Tages! Natürlich wieder mit den anderen Spackos! Der Boy, so leise, du Verlierer! Naja... Hey, guck mal, Minion ist da vorne! Banana! Ba, 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 na, na! Wow! Oh, die Explosion! Wuhuhuhuuu! Jo! Danke, Markus! Tschüss, du Lappen! Ach so, ja, komm mal gut! Ja! Fick die Henne! Fick die Henne? Oder die Henne fick dich! Alter, die arme Henne, ne? Wie oft die schon irgendwie gefickt hätte werden sollen! Du Pisser! Ja, gewicke! Ah, der Wichser! Lass das! Hey, ich hab nicht mehr gegriffen! Ah! Lola, er fliegt runter! Lola, er fliegt runter! Er fliegt raffeln! Er fliegt raffeln! Hey, ich hab keine Raffeln! Er fliegt raffeln! Machs gut, Tommi! Alter, was ist das denn? Herzlich willkommen bei Tommi Air! Tommi Air! Ah! Warum fliegt der... Äh, Tommi, war das eigentlich First Class oder Business Class? Last Class, oder? Mindestens Last Class, ey! Oh shit! Ah, zu gut! Ich kann nicht mehr! Was bekommst du noch zurück, mein Lieber! Was krieg ich zurück? Oh, krieg ich ein Geschenk von dir? Mhm! Das ist ja nett! Wuuuui! Wir fahren durch das Gehirn vom Minion! Eppamanna! Leid auf dem Publiergestalt! Wo ist denn? Alter Mann, ich musste lenken wegen dem Raffeln sind ein Frack! Was für ein Frack? Ja, er ist akkodiert so ein bisschen. Hey, Geier! Lass das! Minion! Geier, doch kein Windschatten von mir! Fahr, Patrick! Ah! Oh! Oh scheiße! Oh scheiße! Nein, oh nein, oh nein, oh nein! Ach, fuck it! Easy First Try! Oh, Windrad! Oh, Windrad sagt er! Wer einfach auf sein eigenes Windrad steht, die Sau! Oh nein! Oh! Nooo! Komm mal ab hier! Ja, der Trockel! Scheiß Tommel pustet ein im Lordo! Ja, du! Ja, ja, du bist ne! Ja, du auch! Ja, Serpentine! Serpentine! Jawoll! Sag ich da, wie du kleiner Bastard! Ich hab dich aber auch getroffen! Ein Scheißhast! Hä, als ob? Nice! Als ob ich dich nicht getroffen hab, Digger! Du hast mich nicht getroffen! Hä? Was ist das für ne Unmöglichkeit? Ja, du musst dir das in der Aufnahme angucken! Ich war voll auf deinen Reifen drauf! Ziel wird gelernt sein! Er hat doch mal Reifen getroffen, hat er gesagt! Oh! Ui! Ab geht's durch den Minion! Du da! Du da! Du da! Ey, wer denn die ganzen schönen Bälle hier aus dem Weg geräumt? Patrick! Bitte? Der Patrick ist ganz vorne! Das seh ich aber auch so! Du da! 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 Aber die Map sieht ja schon optisch so ziemlich nice aus, ne? So mit dem Medium! Ja, ja! Na, der ist richtig scheiße! Natürlich ist die scheiße, weil du ja nicht Esther bist! Du! Du! Du bist doch hier grad am... Ne, 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 ne! Oh, scheiße! Ich bekomme Punkt nicht! Ja, vor allem will gelernt sein, ne? Nice! Verdient! Was? Was? Ich so verdient! Jej, alter! Oh! Nicht! Boah! Was denn? Ich bekomme diesen Scheiß Punkt nicht! Punkt nicht! Oh! Nein, 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 nein! Nicht überdrehen! Das ist jetzt ganz unfraktisch! Ich bin hierhin sogar mit den platten Reifen gefahren! Oh nein! Oh nein! Oh, da ist zum Glück die Bremse! Ich wollte gerade abschießen! Ja, das wäre ärgerlich gewesen! Das Geile war, als ich das erste Mal durchgefahren bin, hat mich die Bremse nicht erwischt, deswegen war ich jetzt ein kleines bisschen überrascht! Ja! Na ja, das war jetzt wieder auch fast erwischt! Oh! 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 Ja, war nah dran! Ich hab's nicht geschafft! Ah, scheiße! Hast du eigentlich schon irgendeine Mapbe hier, ne, traf hier? Ja, die vor zwei Runden! Ja, mit dem Fall, dann würde ich sagen, was ist für die heutige Folge! Guckt mal in die Videobeschreibung! Da sind die Links zum Playgeschirm, genauso wie zu GameTelly! Guckt doch in die Videobeschreibung! Wegen meinen Social-Meter-Plattformen, sprich Instagram, Facebook und Twitter! Könnt ihr mir gerne schreiben natürlich! Äh, könnt ihr mir folgen natürlich auch schreiben! So gut! Nein, danke! Ich würde mich natürlich freuen und mich sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal! Auf Wiedersehen! Ade! Ciao, ciao!